Neukonon-Chef ist Märchenman. Ja, ja, Moment mal. Ich wollte, ich wär immun, mein Dackel hat zu tun. Er schuftet hier, er schuftet dort und Sonntag ist er tot. Ah! Weißt du, willst du, Frank, den ich kleines, nasses, aprilfrisches Handtuch nennen darf? Ach, du hast schon wieder Durst? Gibt's doch gar nicht. Okay, einmal Jim Knopf-Cola, bitte. Danke. Mann, das schmeckt ja wie Lummerland. Nein, was ist denn das? Das ist ja süß. Jetzt hast du ja meinen Bart dran. Müde bist du, gehst zur Ruh, mach es beide Klüsen dicht. Reimt sich nicht. So, jetzt tausche ich noch ne Heulsauce gegen ne Lachmöwe und dann hau ich ab. Thank you! Losfahren, Mensch! Auf, auf! Das ist ja Pierrot aus, ja, ich bin ein Name. No, wir haben, wir haben ein Mal schon. Wirkliche, danke! Wirkliche! Vielen Dank.